Es gibt 8 Notausgaben, jeder ist mit einem roten Exit-Shirt gekennzeichnet. Bei Dunkelheit markieren Leuchtstreifen den Weg zum nächsten Notausgang. Es gibt 4 Haupttüren, 2 am vorderen Ende und 2 am hinteren Ende der Kabine, jeweils zu Recht umzulegen. Es gibt 2 weitere Türen in der Mitte der Kabine, oberhalb der Tragfläche. Bitte beachten Sie, dass der nächste Notausgang auch hinter Ihnen sein könnte. Zum Anschnallen führen Sie bitte das Metall hinter dem Sicherheitsgurtes in die Schnalle ein. Zum Sichern ziehen Sie das lose Ende fest und zu öffnen geben Sie den Metallverschluss an. Sollte der Druck in der Kabine sehen, fallen automatisch Sauerstoffmasten aus der Kabine her. Ziehen Sie die Maske fest zu sich herunter, um den Sauerstofffluss einzuhalten. Setzen Sie die Maske auf Mund und Nase und atmen Sie normal weiter. Sauerstoff wird auch dann fließen, wenn sich der Beutel nicht aufgelist. Befestigen Sie zunächst Ihre Maske, indem Sie das elastische Band über Ihren Kopf streiten. Danach geben Sie Kinder und Personen, die Hilfe bewegen. Die Rettungsweste befinden sich unterhalb des Sitzes oder in den Ablagengründen. Im unwahrscheinlichen Fall einer Wasserlandung geben Sie die Rettungsweste aus dem Verpackung und ziehen Sie Ihre Weste über den Kopf. Auf Anweisung der Gruppe legen Sie den Beutel mit dem Gurt. Vorderung, die Beutelung, befestigen Sie die Beutelung an Ihre Rettungsweste. Zum Aufblasen der Rettungsweste ziehen Sie bitte mit Druck an den Umgriff. Zum weiteren Aufblasen oder Ablassen von Luft steht Ihnen eine Rundschlauch zur Verfügung. Die Weste ist mit einer Signallampe versehen, um Aufgangsamkeit auf sich zu ziehen. Bitte blasen Sie die Rettungsweste nicht innerhalb der Kabine auf, um das Blockieren der Notausgänge zu verhindern. Weitere Informationen befinden sich auf der Sicherheitskarte an der Rückseite Ihres Vordersitzes. Lesen Sie die Karte vor dem Abflug sorgfältig durch. Versichern Sie sich, dass Ihr Sicherheitsruhe geschlossen ist, die Tische hochgeklappt sind, die Arme in den Boden sind und die Fensterverdobelung geöffnet ist. Wir empfehlen Ihnen, während des gesamten Flugs angestellt zu bleiben. Über Ihrem Sitzplatz befinden sich Leselichter, eine Frischluft-Zufuhr und eine Ruftaste. Elektronische Geräte wie Tablets und Mobiltelefone dürfen während des Führungsruhe für Bonus verwendet werden. Bitte schalten Sie den für Bonus jetzt ein. Der Start und Landung müssen Laptops im Gepäckfach oder unter dem Sitzfolie verstaut werden. Das Rauchen an Bord ist zu jeder Zeit unterseitend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.